Ah, das ist schon viel besser als in japanischen Stimmen. Die ist doch viel angenehmer. Geschichte. Machen wir da weiter. Weiter, wo wir aufgehört haben. Geschichte, also Kapitel 2? Ist das Kapitel 2? Ne, das nächste ist Kapitel... Oder? Das erhält ich in Kapitel 2. Das habe ich schon gemacht, das... Was? Und Kapitel 1. Ich meine, das ist das, was wir jetzt durchgemacht haben, oder? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Der Thomas glaube ich die ganze Zeit. Ja, das passiert. Achso, ich muss jetzt Kapitel 2 weitermachen? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Aber ich nehme an, das war das, was wir gerade gemacht haben. Diese einzelnen Abschnitte. Und dann gab es das Rangende. Das Kapitel 1... Ah, das ist eigentlich Prologs Kapitel 1. Ich habe es jetzt verstanden. Oh, ich bin... Ich hätte einfach mal oben das lesen müssen und ich hätte einfach nur die bunten Bilder angucken sollen. Die letzte Hürde. Ist das jetzt die Aufnahmeprüfung? Ja, doch, ist die Aufnahmeprüfung. Ja. Ja, ist oben... Oben in der Ecke, da gucke ich nicht hin. Ich gucke immer mitten aufs Bild und wurde von diesen bunten, blauen Dingern abgelenkt. Das war ein blau. Ich kriege immer nur die Hälfte mit heute. Ja. 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 Na, ich bin fertig. Ich werde noch was. Oh, ich werde noch ein bisschen beenissen. Ich bin so... Sie sind mir nicht alles, ich werde. Oh, ich bin fertig. Ich gebe dich nicht. Paschst, nicht losher. Ich werde das dann weitermin. Ich bin doch noch so. Ich bin ja einig. Äh, ja das stimmt, der ist echt merkwürdig, der Ort. Könnte daran liegen, dass sie da ein paar Teufel gefangen halten. Wobei die Blumen davor sind schön. Die Blumen davor ist ein Teil des Geist. Ich habe mich für dich, die Sie von der Begeleitung zu retten. Ich bin bereit, dass ich das. 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 Ja, danke. Dann ist es, Tanjiro. Zum Glück warst du vorhin nicht da, da habe ich mich noch grandios verlesen. Die Musik ist schön. Entspannend. Da ist nicht entspannt. Untertitelung im Auftrag des ZDF-4 Also zwei Jahre durchschlafen, das hat auch können. Das war's für mich, das war's für mich. Ach, das ist doch nicht so gut. Ich bin sicher. Danke. Tanjiro. Du bist auch mit mir. Du bist so gut. 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 Oh, wir dürfen laufen. Oh, eine Mini-Card. Oh, eine Mini-Card ist praktisch. Ich freue mich nur, wenn ich eine Mini-Card habe. Dann kann ich mich nicht ganz so schlimm verlaufen. Okay. 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 Okay, wir müssen Quests quasi finden dann auch. Was? Versuchen. Ziehst du ein auf der Karte? Oh, Belohnung klingt immer gut. Okay. Und hier. Ah. Ich will versuchen. Ah, krieg ich jetzt die Kiste? Nee. Das ist voll schwer. Okay, hier. Er baut die Kiste. Nee, er hat den großen... Die erste Kiste hat er ja gar nicht gebaut. Das hat der Lehrer da hinten gebaut. Okay, ich kann ihn nicht durch Gemüsebeet rennen. Wieso nicht? Ich will mich einfach da durchrennen. Darf ich da hin? Okay. Er sagt nein, darf ich nicht lang. Okay. Ich gehe da hin, wo ich ihn muss. Was ist das? Untersuchen. Ah, ich finde Erinnerungen auf dem Weg. Das passiert mir auch immer mal. So auf dem Weg immer mal was finden, wo ich mich erinnere. Und das Rote. Ah, Erkundungspunkte oder wie? Ah, damit kann ich ihm wahrscheinlich was kaufen. Okay. Damit kann ich ihm anscheinend unter anderem was kaufen. Vielleicht neue Techniken oder so. Sie haben es mir gesagt. Deswegen weiß ich das. Oder sie haben es ihm gesagt. Sie haben es mir gesagt. Deswegen weiß ich das. Oder sie haben es ihm gesagt. Ich habe es mir gesagt. Das ist ein guter Hunde. Sie sind gut getrunken. so gut zu den leuten die nicht direkt sterben wenn sie auf der bildfeld erscheinen die mit etwas farbe und sterben auch nicht so viele leute das fällt halt schon extrem auf wäre es wichtig pink gelb wohl der eine hier mit seinem lila ist nur so ein hauch von farbe dann alle ja schwarz und schwarz gleich uniform der caster sterben kann die man haben sie keine rote uniform warum bist du hier ah nee du bist jemand anders wieso hast du andere klamotten an bist du wichtig ich kann mich aber nicht erinnern das ist der den wir dann retten weil ein retten wir ja das erste auf jeden fall was wichtig ist hier lasst mir den gruseligen zu liegen reden oder kann ich auch den berg erst mal hochlaufen alleine ich gehe schon mal vor ich bin nicht froh ich muss erst mit dem zu liegen reden ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit Ich habe nicht mal einen Namen gekriegt. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte jetzt auch umlaufend Sachen finden. Eigentlich müsste man den Gap doch eigentlich komplett den ganzen Ball schreien hören. Oder? Ich fette es nicht immer mal auf den Namen, weil ich die wahrscheinlich eh alle komplett falsch ausspreche und keiner weiß, wie ich meine. Ich glaube, sie ist leichter. Was? Was will ich denn? Was will ich haben? Und ich kann anscheinend nur auf dem Weg laufen. Der will nicht springen oder so. Nö. Darf ich doch die Karte angucken. Ah, da kommt der Weg. Okay. Oh, der Steuerung ist ja furchtbar. Ich gehe aber erstmal da. Ich halte mich jetzt links, da ist irgendwas zu einsammeln. Außer jemand sagt, ich soll woanders hingehen. Ach guck mal, du bist das doch. Du warst doch vorhin der eine auch noch bunte. Das ist ungünstig. Wenn du da sitzen bleibst, bist du wahrscheinlich doch gefressen. Ich glaube, da sind weglaufen die besseren Optionen. Ich komme nicht da hoch. Oben ist noch was. Der kann ja nicht springen. Wieso kann ich nicht springen? Ja, wie springt hast du nicht gefunden? Nö. Einfach Wasser hochlaufen. Wollen wir mal auf Neukotron rennen. Wasser hoch. Steine. Du kannst hoch springen. Wieso springst du da nicht hoch? Wieso kann ich in dem Spiel nicht springen? Das ist komplett unlogisch. Nö. Ich kann richtig hoch springen. Untertitelung der ZDF für 15 Jahre. Okay, muss ich das jetzt machen. Oh, das konnte er. Das ist vielleicht gut. Auch zu leuchten, ich will nicht schlagen. Eben, ich brauche nicht nacheinander. Ah, nein, Zufu dran, okay. Ich habe mich verteidigt. Das muss extra Punkte geben. Nein! Da auch noch mit. Ich habe mich verteidigt, ich hätte schon ein A erwartet. Nicht so smart reagiert und nicht mehrmals verteidigen soll, nicht nur einmal. Gremliger Haut? Was mich halt verwirrt, dass er mal normal spricht und mal denkt, Wani einfach nur auf den Mund zu animieren. Ich weiß, so sprechen ist halt echt nervig zu animieren. Es verwirrt mich gerade so dezent. Okay, ah, okay, geradeaus ist, ah, hier geht's zurück. Geradeaus ist der Weg dann für weiter, nehme ich an. Also ich esse hier hin. Da ist irgendwas blaues, ich hab, da ist noch jemand. Denkst du selber, oder? Ah ne, alles andere so verletzt. Er hat sich doch gerade beschwert, dass er verletzt ist. Er ist wahrscheinlich verletzt, wenn er sagt ihm alles, dass ihm alles wehtun. Okay, also da müssen wir da... Lang? 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 Aber ich will ja erstmal nicht dann da lang. Ich will erstmal andere Sachen. Wo kann der dann da lang gehen? Okay, können wir dann nach da oben gehen. Aber da komm ich ja dann auch rum. Aber es sieht eh so aus, als wäre der Weg hier oben versperrt, oder? Lag da jetzt Holz? Der Karte sah es aus, als würde da Holz liegen, oder nicht? Ja. Ich kann nicht springen. Muss auch rumlaufen. Ach so, aber das war nichts mehr aufsammeln, das war einfach nur so. Aber ich denke, das war eine Kugel, du wolltest aufsammeln. Ja, ich guck nach dir gleich. Ich brauche erstmal das shiny Objekt, das ist wichtiger. Jetzt gucke ich nach dir. Ich weiß nicht, ob die Logik stimmt. Er ist verletzt, also er blutet schon mal, da werden sie eh nie erfinden wie mich. Ich glaube, die Anzahl der Menschen macht es jetzt nicht großartig aus. Ich mach eher was aus, fast das gewaschen ist. Stinkst du? Dann riechst du nach Blut. Ich glaube, das sind dann eher so die Sachen, die Großes ausmachen. Ich glaube, gerade Blut. Müsste die sehr sehr zu dir hinziehen. Wie so ein Hai. Ja. Wie so ein Hai. Ah, ich bin wirklich gesprungen. Oh Mist. Okay, hat nicht ganz funktioniert beim Blocken. Ich werde trotzdem versuchen alles, was ich finde, einzusammeln. Oder versuchen immer alles. Da unten was leuchtendes und da ist noch irgendjemand wahrscheinlich. Er war das. Ich habe mich gerade zenterschrocken, weil einer schreit. Aber hier noch mit Farbe. Bisschen mehr Farbe. Oh, ein Spinner, der schreit und angreift. Ich kann da denken, wer das gewesen sein soll. Ja. Was war so? Ich weiß... Kommt er jetzt schon? Kommt er nicht erst in diesem Trommelhaus? Ja. Oh nice. Er war ja überhaupt da. Beim Anime kam er nicht vor. Wir haben ja dann erst später getroffen. Ja, da solltest du wirklich. Da solltest du ein bisschen aufpassen. Ich meine... Ich weiß jetzt gerade... Obwohl, da ist ja dieser fette... Der fette Teufel ist die größte Gefahr. Danach kommt vielleicht, ähm... Kollege Schweinemensch, der da durch die Gegend rennt. Es war nur ein... Ja, dann geht's wieder runter. Okay. Die kann ich jetzt hochspringen, weil ein Buff da voll ist. So. Ah. Uh lol. Was ist denn das für ein Klatzzwerg? Ich mag die Drehattacke. Ach es. Du wirst auch weg. Ah da ist ja tatsächlich weitergevon. Aber das macht das Teil jetzt vielleicht first. Bei sei. Bei sei. Und bei per teistern. Mann, Mann, Mann. Nein! 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 Oh, ich dachte eben, ich hätte es nicht, weil es zurück ist. Oh, wieder ein A. Nice. Sie sind besser wie meine Schuhnoten. Ne, meine Schuhnoten waren echt nicht gut. Sie waren ausreichend. Okay, da... Oh, da war ich doch. Wenn ich dann noch mal zurück, ich will das haben. Wie soll ich das nicht eingesammelt? Deshalb komme ich ja da nicht wieder rüber, oder? Gehst du da rüber? Nö. Okay, dann gehst du zurück. Ne, wir folgen nicht dem Geruch, ich will die shiny Sachen haben. Sollen zurücklaufen. Wenn du nicht springen willst, musst du zurücklaufen. Hey, Punkte. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wofür die Punkte sind, aber ich habe immerhin 50 mehr davon. Dass hier der Forced Perspective ist ein bisschen weird, aber ist okay. Ich mag sowas gar nicht. Ich will mir vorschreiben, wo meine Perspektive ist. Ey, Digga, du kannst springen. Wieso springst du nicht über so andere Sachen wie am Anfang diesen komischen Mini-Wasserfall? Oh, da ist noch jemand. Aber da... Ich weiß nicht. 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 Vielen Dank.